Hallo, ich bin Chloe. Ich bin Luz. Ich bin Annette. Ich bin Michelle. Und das ist unser Projekt. Urlaub gehen. Wir konnten einen Sport-Urlaub machen. Wir konnten Skifahren. Nein, nein. Das Wetter ist dort sehr gut. Wir konnten einen Sport-Urlaub machen. Das ist ein Wetter. Nein, das ist sehr langweilig. Lasst uns zum Strand gehen. Ja, das ist eine gute Idee. Oh gut. Wir sind endlich angekommen. Ich möchte unser Zimmer gehen. Natürlich, lass uns sehen. Ja, das ist ein Wetter. Gut. Das Zimmer ist gut. Das ist gut. Lasst uns zum Strand gehen. Ja? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich möchte hier Zimmer. Es ist kalt. Ja, wirklich? Es sollte warm sein. Das habe ich nicht erwartet. Das habe ich nicht erwartet. Ich auch nicht. Ich werde fragen, was passiert ist. Ja. 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 Joch. Ja. Entschuldigung, niemand ist gekommen, um das Fenster zu reparieren und ich habe Flüge in meinem Bett gefunden. Wir werden sofort etwas tun. Es tut mir leid. Ich hoffe es. Diese sind die schlimmsten Reisen aller Zeit. Ja.